Hallihallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer Folge zu Among Us. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, zur heutigen Folge muss ich noch ein bisschen was hinzufügen zum Intro. Die zwei heutigen Folgen sind ein bisschen anders. Heute habe ich nämlich mal mit Spenden die Rollen getauscht. Heißt, wir haben den Namen getauscht, Outfit getauscht und den anderen nichts davon gesagt. Und das kam auch relativ gut rüber, dass wir die Rollen getauscht haben. Also die anderen haben nichts gemerkt. Außerdem Janik, weil der wusste Bescheid, dass wir irgendwas in der Art vorhaben, hat es auch direkt gemerkt. Und was dabei jetzt rumgekommen ist, das könnt ihr einmal jetzt sehen und das könnt ihr heute Abend dann noch einmal sehen. Also ich habe zwei Folgen dazu, wo ich und Sven die Rollen getauscht haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Also wir klären uns darüber auf, was genau wir machen. Aber wir sagen natürlich nicht, wie wir was gemacht haben. Also wie jetzt die ganze Runde ablief. Und ich muss mal zu Likes. Oder ich mache einfach den Card Swipe. Weil Sven darf ich ihn nicht verkacken, also Sven kann den. Ich habe mir jetzt extra versucht, mich zu beherrschen. Und ich will mal rechts gleich gucken, weil ich darauf tippe, dass Paltod ist. Direkt von der Runde. Oh, schon zwei Tote. Nein, gegen Ende. Oh, weh. Sonst gibt's auch Schnauze aus, verstanden. Nein, bitte nicht da hin. Oh, mal den hebe ich mir auf, um Sven zu safen. Sven wird mich nicht umbringen. Das steht auf jeden Fall fest. Weil ich bin so gesehen sein Alibi. Okay, wer ist gerade auf Camps? Ja, ich bin auf Camps. Scherper. Scherper, okay. Wie lange bist du auf Camps? Nicht so lang. Ein paar Sekunden. Scheinlich ist ein Lab drin. Navigation. Scheinlich ist ein Lab drin. Wenn, wo, wo, nochmal. Navigation. Navigation, schwenzel du. Mute. Äh, Reaktor. Entschuldigung, Reaktor. Also, ja. Und wo ist die gleiche gefunden worden? Der Buddy ist sehr frisch im Admin. Sehr frisch im Admin. Woher weißt du, dass er frisch ist? Weil die, weil die Runde allgemein gerade lange ging. Ich habe Leits gefixt. Und nee, es könnte auch, nee, er vergesst das mit dem Frisch. Könnte auch ein bisschen älter sein. Gut. Wer war Camps? Scherper oder? Ja. Dann müsstest du mich eigentlich doch auch gesehen haben beim Reaktor, oder nicht? Ja. Oder? Gut. Dann ist alles gut. Ich habe halt gesehen, Camps sind an. Ich bin in Admin reingelaufen. Ich sehe den Report-Button. Ich mache noch meine Karte und dann habe ich den Buddy reportet. Wieso machst du erst die Karte? Die Vents, was, was? Wieso machst du erst die Karte und reportest dann? Weil ich meine Tast machen will, wenn ich bekommen will. Halt. Klingt ein bisschen komisch. Das klingt echt komisch. Die Vents von Admin gehen in Kelv und dann nach rechts in den Gang zwischen Shields und Nef. Dann ist es nämlich jetzt Shining. Also Shining war Self-Report. Ich glaube, Self-Report, ja. Warum? Weil Shining und ich sind vorhin auch mal kurz miteinander gelaufen. Ja, aber Shining hat mich nie geholt oder sich nie komisch genommen. Auch als die Lichter ausfahren, standen wir kurz beisammen und haben ein bisschen wieder zusammen getänzelt. Wir können es ja so machen. Wir wurden erst hier Uri raus und dann Shining. Also ich will jetzt gar nicht wohnen. Wir müssen wohnen. Wir müssen nicht wohnen. Ich habe doch gerade gesagt, wir müssen wohnen. Habt ihr wirklich? Das haben wir gerade eben tatsächlich sogar besprochen. Da sollte man voten. Sollte man, aber was ist kein Sinn? In dem Fall nicht. Okay. Ja gut, äh. Ja, wohl. Damit es eigentlich safe ist. God bless. Ja, das war ich. Aber damit es eigentlich safe ist. Das ist Shining ist, oder? Ja, eigentlich schon. Ne, warte mal. Ne, ne, ne. Ne, ich habe jetzt nur Sven vertraut. Ja, okay. Schwänzel, du warst auf Scan, ich war auf Scan, Shining war nicht bei uns. Also es ist Shining, Sherpa hat Shining verdächtig, macht doch Sinn. Jetzt sind beide mute. Oh, entschuldigung. Ja, wir waren beide auf Scan, Schwänzel und Sherpa hat Shining eher verdächtig und Shining kam mir gerade noch entgegen, wo der Bade liegt. Also. Ja, aber bist du mir nicht, aber du warst vorher noch kurz weg, oder nicht? Äh, also, also, also ich mache es immer so, wenn ich Scan habe, warte ich bis einer kommt. Ja. Und da fange ich den an und gehe dann wieder weg, dass ich den noch behalten kann, halt für Late Game. Ah, okay. Und du warst auf dem Scan drauf und dann, und da bin ich auch, da bin ich auch drauf gegangen und da hat der gestanden, Waiting for Schwänzel. Also bist du safe, also ist es Shining. Ah, okay, okay. Also du meinst Shining. Ja, ich habe den vier Leuten einen Kuchen angeboten. und da habe mein Messer dafür Bereitkeiten und die wollten nicht, also... Okay. Alter, die Story liebe ich, ja. Kann ich doch nix dafür, wenn ihr den Kuchen alle nicht annehmen, da habe ich sie zum Kuchen gemacht. Boah, ich habe eine Frage, ne? Wo ist mein NIEF? Was kann ich dafür, wenn du den Kuchen nicht annimmst? Ich bin Medway gestorben. Medway, wie bist du schon da? Okay, das macht keine Ahnung. Das ist geil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hoden war noch nicht tot, als ich nach oben gelaufen bin. Okay. So, ich habe hier keine Task. Ey, komm. Erst das. Aber das war auch ne gute Runde, ne? Was kann ich dafür, wenn denn keiner den Kuchen annehmen will? Ey, die Story habe ich mir einfach nur ausgedacht, damit es irgendwie weniger obvious ist. Ich habe hier oben geworfen, auszusehen. Okay, merk ich mir. Merk ich mir. Alter, ey. Parflex. Weil ich da irgendwen sehe. Er muss mir aber Pall kleben. da fällt es weniger auf jetzt stehen hier drei gambler an den camps also also ich mag es also also ich habe gesehen dass der ist halt scheinning und schwänzeln reinkam oder bin ich halt die kurz vor camps immer weggegangen ist umgelaufen wieder drangegangen das glaube ich dir auch das ding ist ich hatte auf einer ist wer tut wieso hoden du hast doch gesagt ich werde besser mit der karte zumindest aber schweren du musst mir mal peil rumlaufen ich gehe mal likes fixen oder auch nicht ich kann mir gut vorstellen dass jetzt einer bei likes tot liegt oder auch nicht dave paul und schwänzeln beisammen blaue engine muss halt auch mal gemacht werden es braucht auch aufmerksamkeit und ich wusste müsste mir mal die taste auch offen machen okay damit ist es ruhig safe was was security genau scheining ja damit ist es damit damit ist es warum ich scheine kam mir oben upper engine entgegen ich war gerade mit bei scannen machen also also ich also also warst du als einzig ist oben weil schwänzel paul und ich war nicht aber also du warst du warst der reaktor ich war mit bei und ich war nicht reaktor du warst du warst rektor nein ich bin also schau mal du bist camp das können paul und schwänzel bestätigen das nicht reaktor war ich kann also also wir drei waren zusammen also aber wartet mal wartet mal wie gesagt also ich mach es macht keinen sinn wie gesagt ich habe ich hätte paul töten können und schwänzel mal schaut mal schaut mal hört mal ja ok wir hören dir mal zu wir hören dir mal zu ok also also ich und ich und dave sind hochgelaufen dave ging kameras rein ich ging auch in camps rein und dann war ich halt auf den camps drauf und dann ist k ok ich war auf den camps drauf ok dave das ist jetzt so ne scheiße ich war auf den camps drauf und dave ist links in den reaktor reingelaufen ich bin hochgelaufen weil ich gesehen habe das schwänzel von oben gerade das medbay kam da habe ich scan gemacht und dann war schwänzel von unten tot als dave noch da war also es macht keinen sinn aber steht doch noch uri was sagst du jetzt dazu dass ich dave gerade noch bei benzin gesehen habe ja wer da kill tja kollege du hast auch gesagt dass ich tot bin das heißt ich mach dich jetzt tot also das ist der kill ich wohne dich jetzt es ist uri ich hab keine andere Wahl als uri zu voten es ist einfach so es ist einfach so ja es ist einfach so uri das war so schlecht frau anderen Kanäle zu besuchen, falls euch die interessieren und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal. Tschüss!